So, der Auftritt, die Vorstellung ist vorbei. Die freundliche Anregung, die Botschaft dieses Abends, nochmal kurz zusammenzufassen. Wäre ich nicht aufgreifen, weil wenn ich die kurz zusammenpassen könnte, wäre da oben zwei Stunden was lang. Allerdings habe ich mich sehr betreut, endlich in Garstlen. Ich bin zu dürfen, historischer Termin, für mich vielleicht auch für Garstlen. Trotzdem wird der heutige Tag, aber wahrscheinlich im Kollektivgedächtnis der Menschen, eher des verteilen, weil leider der Prinz-Türm ist. Herr Ruhm.